Zwei Runs gehabt. Zwei davon, übermäßig hier rausklapport und das war gerade noch mal ein Speedcheck. Er ist extra für den Best Trick hier angereicht. Und er hat noch ca. 25 Minuten Zeit. Ich glaube, ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu behaupten, da kommt noch was. Da kommt ganz, ganz bestimmt noch was. So, Barber steht wieder oben. Mit seinem spektakulären Anfahrtsmanöver. One-footed in die Rappe hinein und dann tue es wieder aufs Pedal und dann geht's los. So, und der braucht euch jetzt noch mal. Der braucht euch richtig. Denn auch der hat großes Vorher. Ein absoluter Best Trick-Kandidat. Pavel Alekin. Come on, Pavel. Nürnberg, how's your back? Here we go. Füße auf die Pedale. Ab auf den Kicker. Da drückt er den Eject-Button. Aber ihm geht's vollziem gut. Einen dicken Applaus an Pavel, meine Damen und Herren. Der Backlick-Double-Farspin. Ich glaube, er will ja da fast noch einen dran setzen, so wie es ausgesehen hat. Aber so viel Kontrolle muss man mal haben. Er hat die Randung bereits anvisiert und dann gemerkt, wenn ich das hier jetzt weiter rotiere, dann lande ich auf dem Po. Da dann lieber. Tschüß!